Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video haben wir hinten den Boden rausgerupft und da die Wände rausgerupft. Und im heutigen Video kümmern wir uns um die Wände. Die soll wieder frisch weiß gestrichen werden, damit das Licht hier drin so ein bisschen besser reflektieren kann. Aber nicht nur das streichen wir neu. Den Stahlträger da, der wird auch nochmal neu rot gestrichen. Ich wollte heute eigentlich kein Brot, aber ich bin da nicht gegangen. Dafür haben wir so eine Emofar-Potterung. Das ist ein Brot, das ist ein Brot. Das ist ein Brot, das ist ein Brot. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Das war's für heute, dass wir jetzt die Klingel machen können. Im heutigen Video werden wir auch noch hier diese Wand mit Multiplex beschlagen. Das ist ein bisschen heller, das ist ein bisschen schicker und ich brauche davon nur zwei Platten, 9 mm ist auch nicht so teuer. Die werden hier an die Wand kommen, da werden dann später die Werkzeuge dran geschraubt werden und deswegen habe ich das hier auch nicht gestrichen. Das ist so ein riesen Unterschied, wir haben jetzt hier die Stahlträger, an der Decke die Stahlträger, dieser Stahlträger, hier am Flur hinten ist noch einer, alles gestrichen bis auf hier dieser Bereich, der kommt vielleicht, wenn das hier hinten weg ist, weil das Regal da muss man weg, das ist eh komplett marode. Also schaut richtig gut aus. Ist auch jetzt schon ein gutes Stück heller. Vor allem hier ist eine Lampe, schaut euch mal an, wie schön diese Ecken hier reflektiert, obwohl hier gar nicht an der Decke ist. Ein paar Tage sind vergangen, wir haben jetzt die Wände gestrichen, die Träger sind rot und jetzt haben wir da mal noch ein paar Maschinen, Nils ist nämlich noch mal da, mit dem werde ich das jetzt noch schnell aufbauen, damit die nicht mehr mit einem Weg rumstehen. So, der Nils ist wieder weg. Ich bin unheimlich dankbar, dass der heute da war, denn ohne ihn hätte ich die zwei Maschinen ja nicht aufgebaut bekommen und die holen jetzt nicht mehr so viel Platz weg, aber jetzt fangen wir mal hier mit dieser Werkzeugwand an, denn ich will mal wieder hinten meinen Arbeitsbereich an die Wand schieben und aus dem Grund hole ich jetzt erst einen Anhänger rein, damit wir dann das Material ausladen können, denn draußen regnet es und es ist auch cool, wenn man das Material nicht im Regen abladen muss. Hier hinten muss man ganz nach Glasen, ich habe gerade gekauft worden, ich habe vorher auch eine Multiplätze gekauft, das steht immer daran, ich bin so froh, dass wir hier diesen Anhänger haben mit der Plane, denn da wird auch kein Schutt gefahren, was halt auch nicht dreckig werden soll. Und dann hat man wieder ganz, ganz entspannt hinten eine Lade, vielleicht wo man alles reinschmeißen kann. Multi-Plex, Schilliplex. So, die Plane schleife ich jetzt erst einmal auf, wo noch ein bisschen Dreck drauf ist. Ich muss jetzt einmal schauen, wie hoch die Werkbank ist, denn über die Werkbank sollen noch zwei Doppelsteckdosen links von rechts hinkommen, und darüber soll dann eben diese Multi-Plex-Platte und das Markiere ich jetzt einfach an der Wand, damit ich das Ganze passend an der Wand befestigen kann. Da wo das Gesicht ist, da stehe ich übrigens irgendwann, wenn das mal fertig ist. Dann habe ich jetzt hier solche Durchschlag-Dübel, da kann man dann einfach durchs Holz bohren und dann direkt in die Wand, und da kann man die Dübel quasi mit ins Holz reinmachen, habe ich vorher auch nicht gekannt. Das sind hier diese Dübel mit diesen Spitzenschrauben. Man lernt nie aus. Bei mir verschweckt immer diese Dübel auf dem Marker, deswegen muss ich das ein bisschen inkubisieren. Naja. Das wird hier gar nichts mehr tun. Das wird hier gar nichts mehr tun. Au, au, au. Wo ist das Schrauben? Ja. Unabhängig? Komma. Unabhängig. 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 Gut. Das läuft quasi. So. Da kommen 10 LIDs hin und da kommen 10 LIDs hin. Oh Gott. Schaut da, Alter. Das ist bestimmt das Beste. Unabhängig. 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 So und das soll es dann auch mit dem Video für heute gewesen sein. Ist noch nicht fertig, ganz klar. Aber jetzt haben wir in der Mitte das festgemacht, dass ich die Werkbank wieder hinstellen konnte. Was mir jetzt super wichtig war, ich wollte nicht, dass meine Werkstatt einfach aussieht wie viele Werkstätten, haben halt einfach alles voll mit USB. Und so mit Multiplex, das habe ich halt eben noch nicht so oft gesehen. Wie gesagt, an den Seiten kommen jetzt auch noch Multiplex dran. Hier werden noch French-Cleat-Leisten dran kommen, um Werkzeug zu befestigen. Die Höhe ist eigentlich ganz gut, ich bin ja nicht so groß. Ja, das soll es mit dem Video für heute gewesen sein. Ich freue mich auf deinen Kommentar und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020